Musik Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer schaurig neuen Runde The Brokehaven Experiment Zack Müssen wir eben unsere Munition hier wieder klar machen Ja euer Transacker Mike Begrüßt euch zu einer neuen Runde hier Das ist alles Mal eben gucken welche nehmen wir denn hier Choose Weapon Die war eigentlich ganz gut Und Click on Flashlight Den komischen Anhänger den brauche ich nicht So auf zum nächsten Gefecht Und So machen wir die Taschenlampe Das ist wirklich sehr cool gemacht Batterie Ist auch noch ganz fit hier Und wir warten auf die nächste Runde Achso hier Oh 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 Ich hear schon wieder was da Vielleicht soll die Fahrten bis Oh bis die Nerden Oh shit shit Nachladen Oh shit Oh oh We didn't mean for anything Ups You were just curious How dangerous is it to pick Ja okay okay Hier mit den Granaten Da muss ich erstmal klarkommen Huh Oh was ist das denn für ein Riesenteil da Also ich kann hier mit dem Button Changen und dann Die Granate werfen Oh shit 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 Oh nachladen Okay Sehr riesig Nachladen Da kommt noch mehr Hier wohl Hier noch mehr die Das ist ja Oh ja Zack Nice Sehr schön Survive Wunderbar Wuhh Das ist ja richtig anstrengend Okay Oh stopp Das Kerr So und Hier jetzt Oh die Gesundheit sieht nicht mehr so fit aus Ich habe schon was da Vongetragen ja Vielleicht finde ich hier noch irgendwo so ein Titt Hm 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 Ok, dann weiter gehts Taschenlampe Ich könnte mal ein Medikit gut gebrauchen Medikit, Medikit Oh da Der leuchtet immer noch weiter Giebs ja gar nicht Oh! Oh! Kommen ja die Kissen schön Nice Da ist noch einer Nachladen Wäre schön mal wieder auf jemanden von vorne kommen. So ist das schön. Das war in letzter Sekunde. Ich versuche mich mal nicht ganz so schnell zu drehen, dass es nicht so anstrengend für euch ist. Am besten gleich nachladen. Da. Super. Mensch, was müssen die Nachbarn hier denken? Ich habe hier das gerade auch doobies so raumlaufen. Wow, wow, wow. Was war das für eine Runde? Okay. Krasse Aktion. Ich würde sagen, eine kleine Runde versuchen wir nochmal. So, Kampagne. Das habe ich nicht überlebt. Town Square. Das war die Factory. Da kann man die Factory rein. So, Abwechslung. Da ist meine Factory. Oh ja, die ist ja richtig gut. Okay. Maintain radio silence. And look out for hostels. Always check your sex. Over. Okay. Oh, oh, oh. Jawohl. Your tracker is active and I can see that you're in the old Fulton machining place. There are still enough active GPS satellites to get the job done. I've got reports of a large herd of hostels in your area. You'd better on holster. Over. Note. Okay. Wave one. Okay. Oh, die ist wirklich gut, die Lampe. Wenn ich auch nicht weiß, wo der jetzt wieder herkommt. Da kommt er, okay. Yes. Da ist alles ruhig. Okay. Also meine ungeschlagene Nummer eins ist natürlich immer noch von denen Spielen, die gerade jetzt am Markt sind. Uncle Dawn. Oh, shit. Und die, glaube ich, werdende Nummer eins wird. Dann natürlich will sie den Bibel werden. Your voice will draw more of them to your position. As long as you keep moving, that tracker will let me know, you're still on mission. Sun is almost down. So take care of any remaining hostels in that place and get out of there. Over. Okay. Over. Oh, dieses Gekratze von den Schritten, das macht einen verrückt. Oh, verdient! Nein! Wow, wow, wow. Echt nichts schlechter zu spielen, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Ich hab noch so einen kleinen Ersatz von Uncle Dawn gesucht. Ja, da ich ja nun mit Uncle Dawn so weit eigentlich durch bin, es fehlt eigentlich nur noch das 3 Minuten Finale von Uncle Dawn, da ich mit dem Endbuster einfach nicht zu Rande komme. Das kann also noch ein bisschen dauern mit der letzten Folge. Ähm, hab ich mir erstmal so ein bisschen was anderes hier gesucht zur Abwechslung. Ja, meine Lieben, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen oder auch ein bisschen mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen runter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen was reinschreibt unten in die Comments. Haut rein, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschau dir Lieben! Tschau dir Lieben! Grüße kurz,lerini. Ja, genau schon. Untertitelung des ZDF, 2020